Das ist Max. Max Toilette ist verstopft. Die Toilette läuft sogar schon über und es riecht ganz unangenehm. Doch was soll Max jetzt machen? Welcher Handwerker ist denn so spät abends noch erreichbar? Da fällt ihm plötzlich die Firma Abflussass ein. Freunde haben sie ihm empfohlen. Er ruft an. Und kurze Zeit später ist auch nachts ein freundlicher Mitarbeiter bei Max. Der Mitarbeiter löst die Verstopfung im Nu, erledigt seine Arbeit sauber und professionell. Max ist sehr zufrieden. Abflussass.